Katrin Hilbe Schon seit jungen Jahren ist Katrin Hilbe als Regisseurin in ganz Europa unterwegs. Ihre Inszenierung von Richard Strauss' Oper «Salome» wurde zur besten Opernproduktion 2012 gewählt. Mit ihrem künstlerischen Schaffen gelang ihr den Sprung an den New Yorker Broadway. Obwohl sie dort erfolgreich ist, kommt sie regelmässig in ihre Heimat, um ihre Arbeiten zu zeigen oder hier Projekte zu verwirklichen. 2018 realisierte sie mit regionalen Schauspielerinnen und Schauspielern ihre Eigenproduktion «Fegfuehr», die sie im Schlösslekeller mit grossem Erfolg aufführte. Anfang 2019 gastierte sie zusätzlich mit der von ihr in New York inszenierten Produktion «Shooter» im Tuck in Schan. Das Kleinteater Schlösslekeller feierte 2018 sein 15-jähriges Jubiläum. Dies war auch die erste Saison, die im neuen Standort an der Schwefelstrasse gespielt wurde. Zuvor hatte das Schlösslekeller-Team die ehemaligen Druckereiräume komplett in Eigenregie umgebaut. Von der Technik bis zu dem Einziehen von Wänden wurde alles selbst eingerichtet. Aufgrund der Umbauarbeiten findet das eigentliche Jubiläumsprogramm 2019 statt, das im Januar mit einer grossen Geburtstagsparty eingeläutet wurde. Schon seit Jahren legt der Schlösslekeller Wert darauf, ständig neue Ideen, wie zum Beispiel die Sparte, die andere Lesung einzuführen, den Heimatstammtisch oder auch ausreichend Lichtensteiner Spezialitäten zu zeigen. Der Schlösslekeller hat es von einer halb privaten Kleinkunstbühne zu einer Institution geschafft, die heute aus dem Kulturleben Lichtensteins nicht mehr wegzudenken ist. Die Schauspielerin war 2018 in der Öffentlichkeit präsent durch ihre Rolle in der Tag-Eigenproduktion in einem finsteren Haus, durch die Veröffentlichung ihres ersten Buches mit Kurzgeschichten »Unvermeindbare Dinge« und durch ihre Artbook-Modeausstellung im Gustav in Fadutz. Sie spielte bei einem Künstlerkollektiv mit, die Theater mit Computerspielen verbinden, beziehungsweise die Besucher dazu auffordern, zum Teil brisante Entscheidungen für das Fortführen des Theaterstückes zu treffen. Sie wirkte aber auch hinter den Kulissen, indem sie beispielsweise den Komedischmaus von Andy Conrad textete und machte auch bei kleinen Sachen mit, wie zum Beispiel dem Poetry Slam. Für das Artbook «Forestline», das für einen Designpreis nominiert wurde, verfasste sie die Texte. Ausserdem engagiert sie sich beim Ideenkanal. Zudem plant sie, eine Filmproduktionsfirma zu eröffnen. Zudem plant sie, eine Filmproduktionsfirma zu eröffnen.